Mein Name ist Werner Schmidt. Ich wohne in Waibling, bei Stuttgart. Meine Hobbys sind Modellbau und alles, was mit Elektronik zu tun hat. Ihr habt nachgedacht, irgendwann wird auch eins von unseren Autos brennen. Wir patrouillieren in unserer Nachbarschaft jede Nacht, bis wir die Sau erwischen. Henne an Nescht, Henne an Nescht. Hier geht's doch nicht um irgendwas, hier geht's um unsere Autos. Woher kennt sie unseren Dammer? Die Bille ist mein, äh, äh, na, wie sagt man gleich? Freundin, ich bin Werners Freundin. Das sind ganz alleine ihre Probleme, ganz alleine ihre Probleme! Wo ist die Schlampe und wo hat sie das Video versteckt? Die Frau ist gefährlich! Wollen Sie mir nicht endlich sagen, was hier eigentlich los ist? Hat Musi dir auch aufs Bett gesessen, he? Auf mit der Scheibe! Ich bin so eine geile Baumartsche wieder! Wo ist die Schneekugel? Ah! Scheiße! Ich könnte mich schon wieder aufhängen. Es gibt ja nur noch ein klitzig-k-k-k-k-leleines Problem. Es gibt kein Problem. Weil es kein Problem geben darf. Ein nix demnächst. Bald. Sehr bald. Ein nix demnächst. Hupen, und out! Ist das dieser Wagen? Das werde ich Ihnen so schnell nicht sagen. Ich tauere Ihnen nicht so viel über den Weg. Einsteigen, ich fahre. Ach Gott! Oh, bitte, ja.